Hallo und herzlich willkommen beim Dampfernes. Mit diesem Video kann ich ein kleines Jubiläum feiern, denn es ist das 100. Video, das ich auf meinem YouTube-Kanal einstelle. Im letzten Video habe ich meine alte Memmert-Echt-Dampflok vorgestellt und darauf hingewiesen, sie in einem der nächsten Videos unter Dampf im Fahrbetrieb zu zeigen. Doch bevor das möglich war, musste ich erst noch ein Ärgernis beseitigen, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigte. Die von Memmert werkseitig ausgelieferten Achsen für die 45 mm Spur waren ca. 2 mm zu kurz, sodass die Lok im Betrieb oft zwischen den Gleisen wanderte, was besonders bei Präsentationen in der Öffentlichkeit äußerst unangenehm war. Deshalb musste sie ins Ausbesserungswerk und bekam dort neue Achsen verpasst. Hier ein Foto der ausgeaxten Lok im Ausbesserungswerk. Mit den neuen Achsen fährt sie jetzt tadellos und äußerst zuverlässig. Ich wünsche noch viel Freude beim Anschauen. Tschüss.